Hier sind wir die Schlitzer, bei Formel 1 sind wir die Schlitzer. Kev, du bist eingeladen. Okay, ich habe nur darauf gewartet, aber ich habe ja die Benachrichtigung aus. Ist Rico immer noch voll der Kuhverräter? Ja, ist so. Eigentlich könnte man das wieder rausschmeißen, das ist eh nicht bei uns. Kann ich auch rausgehen? Ach Quatsch. Boogie, die brauche ich nur für den AP. Alles gut. Wäre nur sehr so cooler aus, wenn du dann auch quasi unser Techno drin hättest. Das meine ich einfach. Die war jetzt glaube ich genauso, die hat auch glaube ich eine andere Kuh drinsteht. Ich stelle doch nicht jedes Mal meine Kuchen. Kekskrusse, auch ein lustiger Name. Stand hier gerade in der Einladungsliste. Markus ist wieder der Schlitzer. Ich kann auch tauschen mit einem anderen Schlitzer. Ne, 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 alles gut. Mir ist es egal. Wir nehmen mal ein Outfit, in dem man ein Outfit zieht, der zu Kev passt, ranzig. Na, ich gebe dir gleich. Perfekt. Ich sehe ja super aus. Ich habe nur drei Zähne. Ich habe mal eine andere Map genommen, obwohl halt wie gesagt, die einzigste, die wirklich richtig dunkel ist, ist die Dings Map. Ja, das können wir ja dann auch noch machen, Casino und Bunker und Raketenbasis. Aber hier siehst du halt eigentlich noch so recht viel. Na, teilweise besitzt du da echt zu viel. Das habe ich halt früher schon nicht verstanden bei dem Modus. Warum es ist also Maps reinmachen, wo du praktisch auch ohne Taschenlampe noch alles siehst. Ja. Oh, Alter. Ja. Aber das ist nicht wahr. Alter, wieso? Ich habe dich voll getroffen und er zieht daneben. Du bist gerade voll hinter mir durch meine Kamera so durch so. Hoah! Ich habe mich so erschrocken. Ja, du bist an mir vorbeigegangen. Ich wollte dir gerade die Tasche mit meinem Kopf braten und trotzdem stehe es und der zielt dich auf dich. Habe ich das ausgestellt? Moment. Müsst du mal gucken, ob du es eingestellt hast. Nee, kann ich hier nicht ausstellen. Ja. 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 Jetzt auch nicht weiter. Ups. ... 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 Ja, das ist cool. Kriegt gleich Enrico auch eine Waffe. Dann marsch lieber das Licht aus. Kuss. Disserts. Kuss. khi Kuss. 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 Kuss damit welcher war für jedes mal spiele aus bei dem anderen oder hier ist rechtlich nicht einmal wie genau ich traufe perfekt gta mag mich heute auch man überhaupt schaden bekommen ja das erste mal deswegen habe ich ja gemerkt dass sind dann wir bist weil ich voll einen rücken gekriegt hat er darf sich umgetrieben schutz gehört hat hier ist der hat er voll vorbei geschlagen wo ich eigentlich hätte er hätte haben müssen aber man kann nicht töten indem man ihn zusammenschlägt das wird sich ja klar das war nicht ja kann ich gar nicht schlagen doch ich habe ich habe aber auch dreimal geschlagen und in die luft so an hier vorbei war es nicht passiert du bist immer so zurück als wenn ich dich treffen so zurückgewichen aber kein richtiger treffer weiß es jetzt richtig so weg schieben würde so du bist voll habe ich mir vorbeigegangen mit der richtung geburtstag habe ich ein zwei mitgekriegt ich habe den dritten angeholt schlagen so jetzt darf ich mal jagen mal gucken ob das was gibt ich habe Angst das ist doch nicht scheiße du kannst du es machen zwei schüsse voll ins gesicht und trotzdem nicht in der halbe und werden auf dem boden geschossen die zweite ist auch noch mitbekommen und trotzdem hast du nein die beiden habe ich nicht abgekriegt vor allem du hast mich voll erschrocken enrico weil ich habe das vibrieren gemerkt versteckt mich hinter der ecke auf einmal kommst du bist er ich habe ja gesehen wo ich war gewesen bin ich heute her gelaufen eigentlich nein ich bin ja immer in derselben ecke leiden leider zu dritt das ist das herzlichen glückwunsch das bist du herzlichen glückwunsch das war der zweite trotzdem nur 17.000 na gut ich habe die ganze zeit nur verloren ja ich habe ja ich eher gewonnen weil ich habe drei siege von den drei so aber du warst mit meinem team deswegen haben wir praktisch wir waren eben gejagte dass er ich habe ja ein rekord im gold was haben wir denn noch wollen wir hier mal im leitenhaufen